AfD-Fraktion das Wort zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Gesunde Ernährung für ein gesundes Leben. Hiermit wird ein höchst wichtiges Thema angesprochen. Wie sich ein Volk ernährt, hat Folgen für seine Gesundheit, physisch und auch psychisch. Das persönliche Wohlbefinden, das erreichbare Lebensalter, die Leistungsfähigkeit in Schule, Arbeit und Ruhestand hängt zentral davon ab, wie und vor allem was wir essen. Alle sprechen von gesunder Ernährung. Im Fernsehen jagt eine Kochsendung die andere. Zeitschriften zuhauf propagieren die nächsten Schlankheitskuren. Und der Effekt schwach. Immer mehr Arbeitnehmer müssen bedauerlicherweise für ihr Auskommen mehrere Arbeitsstellen in Anspruch nehmen. Wo bleibt da die Zeit, für die Familie zu kochen? Die Deutschen geben laut statistischem Bundesamt rund 10 Prozent ihres Nettoeinkommens für Nahrungsmittel aus. Bei unseren Nachbarn, den Franzosen, sind es 13,3, also 30 Prozent mehr. Legen die Franzosen mehr Wert auf gute Ernährung als die Deutschen? Wo beginnt eigentlich gute Ernährung? Nicht erst beim propagierten Apfel zum Frühstück. Gesunde Ernährung beginnt bereits auf dem Acker, bei der Aussaat. Gesunde Ernährung beginnt im Stall, bei der Aufzucht und Fütterung der Tiere. Nicht nur das, wie der Aufzucht und Aussaat ist hier entscheidend, sondern auch, was dort aufgezogen und ausgesät wird. Wir stellen fest, der Trend geht immer weiterhin zu leistungsfähigeren, größeren, geschmacksärmeren Rassen und Sorten, die immer mehr Pestizide, Herbizide und Antibiotika benötigen, weil sie immer anfälliger werden. Eine Verarmung der Varietäten streitet fort. Wir müssen uns klarmachen, dass ein Verschwinden einer Spezies nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Denken wir doch an die bedrohten Bienen und den Rückgang der Insekten. Das sollte uns eine Warnung sein. Der kommerzielle Saatgutmarkt hat sich innerhalb der letzten 20 Jahre weltweit konzentriert. Die Top 10 der Saatgutkonzerne beherrschen 75 Prozent des globalen Saatgutmarktes. Der freie Bauer, der früher mit seinem eigenen Saatgut sein Feld bestellen konnte, soll immer mehr zum abhängigen Angestellten dieser Konzerne werden. Wollen wir das? Die Alternative vertritt aber im Hinblick auf die Biversität und Subsidiarität eine andere Position. Daher ist sehr zu begrüßen, dass Landwirte in eigener Initiative alte Obstsorten wieder anpflanzen, dass alte Haustierrassen wie das hellische Schwein und diverse Schaftierrassen wieder in größerem Stile weitergezüchtet werden. Wie können wir unsere Bauern schützen? Und wir müssen sie stärken, denn von ihnen bekommen wir die regionalen, die frischen Produkte, die für unsere Gesundheit so wichtig sind. Die Bauern sollten nicht zu Subventionsempfängern einer Brüsseler Institution degradiert werden. Sie müssen für ihre Produkte angemessene Preise erzielen, die ein gutes Aufkommen für sie ermöglichen. Und das muss uns etwas wert sein. Dann würde auch das Höfesterben aufhören. Außerdem fordert die Alternative für Deutschland ein Ende der Sanktionen gegen Russland, die besonders die deutschen Exporte von Milchprodukten haben zusammenbrechen lassen und verheerende finanzielle Einbußen für die Milchbauern zur Folge. Für die meisten Verbraucher haben regionale Lebensmittel einen hohen Stellenwert. In Umfragen wird bestätigt, dass bis zu 44 Prozent der Befragten auch bei höheren Kosten für eine gesunde Ernährung, auch für regionale Lebensmittel. Deswegen sollten wir eben auch auf Hofleben kaufen und den Bauern dort ein anderes Standbein finanzieller Art besorgen. Aber es wäre nicht nur die regionale Versorgung, sondern es wäre schon ein Fortschritt, wenn mehr Produkte aus Deutschland kämen, statt um die ganze Welt zu reisen. Noch schlimmer ist es, wenn Lebensmittel tausende Kilometer durch die EU gekarrt werden. Das Waschen von Karotten und Kartoffeln in Italien ist ja gang und gäbe, und dann kommt es wieder zurück nach Deutschland zum Verkauf. Das ist doch Wahnsinn. Wir als Politiker müssen uns diesen Fehlentwicklungen entgegenstellen. Und wer eine regionale, vielfältige, nachhaltige und eben gesunde Produktion von Nahrungsmitteln möchte, muss Landwirtschaft neu denken. Nehmen wir die Schweiz als Vorbild. Dort steht, kauft Schweizer Fleisch im Fernsehen. Bei uns wäre solche eine Werbekampanie doch auch mal begrüßenswert für deutsches Fleisch, deutsche Milch und deutsches Gemüse. Oder geht das unter Nationalismus? Wir haben in Deutschland 285.000 landwirtschaftliche Betriebe mit 935.000 Arbeitskräften. 16 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche, die leider weiter rückläufig ist. Die Flächen werden jeden Tag geringer. Umnutzung durch Verkehrswege, Zubetonierung für Industrie- und Wohnungsbau, riesige Solarfelder auf ursprünglichem Weide- und Ackerland, Energiepflanzen für die Biogasgewinnung verdrängten Nahrungsmittelpflanzen. Es nimmt kein Ende. Lasst uns da dagegen steuern. Wer kennt von Ihnen noch das Gedicht, die Ballade vom Riesenspielzeug von Adalbert von Camisso? Da steht drin, denn wäre nicht der Bauer, dann hättest du kein Brot. Und das sollen wir uns zu beherzigen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Gero Hocker zu seiner... Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.